Neue schwere Gewitter, Dauerregen und sogar Sturm. Ein Tief sorgt in den kommenden Tagen für eine brisante Wetterlage. Im Wetterticker erfahren Sie mehr zu den nahenden Unwettern. Am Donnerstag bilden sich in der Nordwesthälfte einige Schauer und Gewitter. Im Süden kommt im Laufe des Nachmittags verstärkt Regen auf, im Südosten bilden sich unwetterartige Gewitter mit großem Hagel, heftigem Starkregen und schweren Sturmböen. In der Nacht zum Freitag weiten sich Unwetter und Dauerregen auf die gesamte Südosthälfte aus. Am Freitag regnet es verbreitet kräftig und zum Teil sehr ergiebig, örtlich besteht Überflutungsgefahr. Im Osten frischt der Wind immer weiter auf, dort drohen sogar Sturmböen. Im Süden ziehen wiederholt heftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen durch. Erst abends klingen die Niederschläge zunächst im Südwesten allmählich ab. Danach beruhigt sich das Wetter zwar etwas, es geht aber immer noch unbeständig und nur mäßig warm weiter. Die neue Woche könnte dann allmählich mehr Sonnenschein bringen, das ist aber noch unsicher.